In guten und in schlechten Zeiten, in Krankheit und Gesundheit, bis dass der Tod uns scheidet, das gelobe ich! Es ist bösartig. Jetzt geht es darum, die geeignete Behandlungsmethode zu finden. Wir müssen Ihre Lunge, Ihre Leber und die Lymphdrüsen untersuchen und dann die für Sie richtige Chemotherapie auswählen. Wir legen fest, in welchen Intervallen und mit welchen Pausen Sie die Chemo bekommen. Das hängt sowohl von Ihrer körperlichen Verfassung ab, als auch davon, wie weit es sich ausgebreitet hat. Das heißt, wir versuchen die anderen oder die Behandlung. Das ist nicht so, wie weit es sich gibt, sondern wir versuchen die Behandlung für Sie die Chemo. Guten Morgen. Carmen, willst du nochmal meine Frau werden? Mein süßer Steyn. Keine Ahnung. Ich fand uns gestern in Geschieden toller als in Verheiratet im ganzen Jahr. In guten und in schlechten Zeiten, in Krankheit und Gesundheit, bis das der Tod uns scheidet? Kannst du mit dem hier leben? Ja. Du musst mir eins versprechen. Dass du nicht mehr fremdgehst. Versprichst du es? Versprichst du es? Versprichst du es? Versprichst du es? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018